So, herzlich Willkommen zum Mobility-Programm. Oberkörper, Schultern, ja alles im oberen Bereich. Wir beide werden das Ganze wieder zusammen. Wir starten ganz locker, ein bisschen ein bisschen Bewegung reinheben, stellt die Schulter weit hin und wir schwingen ganz locker die anderen gegenseitig. Relativ zügiges Tempo, ein bisschen Bewegung davor, rein über den Tempo, die Forderung für die Sweaters gehen. Jawohl, und dann einmal. Mein Oberkörper rutscht nun die Arme komplett gestreckt und nichts mehr rechtes Schweden. Ja, und dann nochmal den rechten Arm nach hinten kreisen. Ja, und dann nochmal den rechten Arm nach hinten kreisen. Zügiges Tempo kommt. Und Seite wechseln. Okay, gut, ein bisschen Bewegung. Anstatt mit einem, wir haben fünf verschiedene Übungen, wir machen hier die Übungen eine Minute. Ich zeige jetzt erstmal die ersten Übungen vor und dazwischen gibt es nochmal Pause bei den Übungen. Erstens müssen wir einseitig üben Sachen für den Lack und für den Schulterbrei. Dazu braucht ihr jetzt eine Bank oder eine Form von Erhöhungen. Geht mit einigen Ellbogen oben rauf in den Kniestand, die Hand beredet in den Nacken. Und jetzt schaut, bis ihr euch rund macht, also nicht nur, sondern rund macht. Und dann geben wir einen leichten Druck, immer für fünf Sekunden aktiv in die Bank ein. Und dann wieder loslassen und entspannt mit Gehen und reingehen. Eine Minute rechts und eine Minute links. Machen wir das Ganze. Okay, let's go. Ein Ellbogen noch bringen, die andere Hand könnt ihr ganz locker am Boden abstützen. Und schauen, dass wir uns vorne kurz machen, also ein bisschen die Bauchmuskulatur anspannen. Und jeder an seinem Tempo immer so für fünf Sekunden einen leichten Druck geben in die Bank. Und danach wieder für ein, zwei oder drei Atemzüge in den Stretch gehen. Wir schauen, dass wir kurz bleiben vorne. Ich muss fünf Sekunden den leichten Druck geben, also ein bisschen aktiv. Und danach wieder zum Nothasen in der Stretch. Dann streue ich jetzt gleich. So. 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 Wenn ihr in den passiven Teil seid, dann schau auch bewusst, dass ihr mit der Atmung versucht, lange ausatmen und dadurch versucht, auch locker zu lassen, um in die Velo reinzugehen. Da haben wir die kürzlichen Punkte mit dem Axtendruck mit dem Ellenbogen in eurem Backbogen. Wir schauen jetzt mal, dass sie kurz bleiben, also die Dürke nach drüben ziehen. Das Becken aufrichten, aus dem Brustkorb ein bisschen runden. Sehr schön, dann nehmen wir uns als nächstes auf den Bauch und den einen Arm. Den Wind nehmen wir 45 Grad ab, also nicht 90 Grad, auch nicht ganz über Kopf, sondern 45 Grad zeigt er nach vorne komplett gestreckt. Und dann bringen wir das gegengleiche Bein so leicht nach hinten, also stellen es, wenn es geht, am Boden hinten auf. Anders können wir jetzt den Arm noch weiter nach vorne nehmen, also es ist ja gut. Der Arm arbeitet auf 45 Grad, gern noch. Und dann geben wir leichten Druck mit der Handfläche in den Boden, auch wieder für 5 Sekunden. 3 4 5 Und dann wieder locker lassen und ein bisschen mehr die Rotation gehen. So weit wie es geht. 1, 2, Atem zu und dann wieder einen leichten Druck. So weit wie es geht. 2, mine, 4, Mu advantage. 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 2, Wir gehen jetzt zusammen ganz strecken und jeder wieder in seinem Tempo 5 Sekunden aktiven Druck geben und danach wieder für 1-2 Atemzüge bewusst verlöpfen. Dann wieder ein leichter sanfter Druck und dann wieder drücken. Das macht die Sekunden noch ein bisschen. Letzte Sache, wir legen uns auf den Bauch, die Beine einmal durchstecken, nehmen dann die Arme gerade über den Kopf. Schaut erst kurz zu, dann startet ihr, dass ihr die Hände flächlich in den Nacken gerät, die Ellbogen dafür so weit es geht nach oben, dann bringen wir langsam die Arme in die Streckung, gestreckt so weit es geht, oben halten nach hinten und falten dann die Hände so weit es geht oben im oberen Brustkorbbereich zwischen den Schulterblättern. Und da immer im Wechsel nach jeder Wiederholung eine Hand auf die rechte und die Hände hin. Es geht darum, das langsam zu machen, nicht möglichst schnell, um zu schauen, welche Bereiche an der Schulter kann es da gehen, welche nicht gut kommt. Erstmal oben Nacken starten, dann langsam die Arme ausstrecken, ganz gestreckt, die Daumen zeigen nach oben nach hinten und gehen. Wenn ihr so weit es geht oben falten, dann wieder ganz langsam das Ganze zurück. Wir wechseln immer die rechte Hand, die oben ist. Einmal die rechte Hand oben, einmal die linke Hand. Genau, ihr könnt es beim Anders dann sehen. Ja, und es ruft sich dann ein bisschen anders an, wenn mal die rechte, mal die linke Hand oben ist. Könnt ihr aber die Stirn auch eigentlich am Boden ablegen, dann müsst ihr nicht so aus dem Nackenbereich dagegen halten. Und Pause. Gut. Gleich die zweite Runde. Wir starten mit dem Ellbogen auf der Bank rechts und danach links. Gut. Letzte. Auch jetzt in der zweiten Runde dürft ihr mal ein bisschen oder spielt mal ein der Position von der Hilfsäule. Also geht mal in eine überstreckte Position, dann wieder in eine eher gerundelnde, also wo ihr vorne kurz seid, zieht vielleicht mal den Grußkopf. Rechte Seite, also die Seite, wo ihr die Ellbogen drauf habt. Jetzt schaut bei mir was. Es fühlt sich gut an. Es kommt für jeden immer gleich, dass genau die Position das Beste ist, um in den Stretch in die Dehnung reinzukommen und sich das gut anfühlt. Aber tendenziell sollte sich die Dehnung erhöhen und sich das Ganze mehr wie ein Stretch in Fibonnier rundseite das Becken aufrufen. Ja, und jetzt ist alle ganz gut. Dann legt ihr dann die fünf Sekunden den Druck geben. Und dann wieder zwei, drei Atemstüge. Die Locker lassen. Die andere Hand, wie gesagt, könnt ihr dann das leider ohne Abstützung nehmen. Ja. Einmal ein bisschen mit der Position von eurer Rückensäule, aber zur Seite schieben, zur Seite, wenn oben noch sehr band drauf ist. Dann legen wir uns wieder auf den Bauch, den Arm wieder, 45 Grad Überkopf, inzwischen komplette Überkopfposition, inzwischen 90 Grad Position. Andere Beine wieder rüber, geben wieder einen Druck in den Boden, 5 Sekunden und noch da. Jetzt könnt ihr auch mal die Position vom Arm variieren, das heißt bringt den Arm mal weiter nach hinten oder auch noch weiter im Überkopf. Das ist meistens noch intensiver, wenn der Arm näher zum Ohr geht, also mehr in die Überkopfposition. Dann könnt ihr mal nach jeder aktiven und passiven Phase den Arm ein bisschen in eine andere Position bringen und schauen, wie sich das da anfühlt. 5 Sekunden aktiv und dann wieder 2-3 Atemzüge komplett locker lassen. 5 Sekunden aktiv und dann wieder 2-3 Atemzüge komplett locker lassen. Okay, Kauze. 5 Sekunden. 5 Sekunden. 5 Sekunden. 5 Sekunden. Wenn man đang mach sap, die meinenuesta, alsomen in einer や rendering Position, desto intensiver wird. Das ist meistens für die Schulter, also, wenn ihr dann auch nicht.. Wenn er noch nicht so viel Mobilität hat, dann startet er mit dem Arm weiter hin und dann könnt ihr euch immer weiter hier nach oben arbeiten. Und jetzt geht auch um dieses Bewusstsein, das Bewusstsein anspannen, aber auch dann wieder Willkommen in London lassen Und jetzt die Hunde, die Kopfkörner wieder entspannt abliegen Und jetzt die beiden Hände in den Nachmittag und ganz langsam über Kopf aussteigen, langsam Sprechen wir an dem Leben, da an der Ferry, so war es kein Leben Musik Musik Es geht nicht darum, das Ganze so schnell es geht zu machen, sondern zu schauen, welche Bereiche sind schwer zu lernen, die Bereiche zu kontrollieren Eine schöne Außenrotation und Innenrotation Und dann kurz aufstehen, ein bisschen die Schultern kreisen, lockern, ein bisschen reinspielen, Wenn es sich anfühlt Genau, wichtig ist es auch zum Start, nicht zu intensiv in alles reinzugehen Also Schmerzen über das Ganze nicht verobern Und dem Weg kann sein, aber auch nicht zu schwer Gut, dann geht es noch weiter an die Unterarme und die Finger Und dann geht es noch weiter an Das können wir gleich in den Vierfüßlerstand kommen Und ich starte, dass wir jetzt die Fingerspitzen zu uns zeigen lassen Und dann einfach sanft um die strecken Mit den Ellenbogen, die Schultern nach hinten schieben Dann müssen wir jetzt den Schwerpunkt nach hinten drehen Unterarme und Handgelenk werden oft übersehen, aber das ist auch bei vielen Menschen Und das Thema wird das ganze einseitige Arbeiten aus meinem Laptop Und dann mit der Maus Dann setzen wir hier auf die Handlinke und die Unterarme und die Finger auch sehr einseitig Und dann setzen wir jetzt die Außenseite der Handfläche im Boden ab Da könnt ihr auch ein bisschen mehr mit den Knie zu den Handflächen gehen Schaut, dass ihr die Ellenbogen weitest, vielleicht möglichst streckt Die Finger richtig in den Boden reinrücken Und dann setzt ihr auch ein bisschen mehr mit den Knie zu den Handflächen gehen Und dann das Ellenbogen-Gelenk drehen Das heißt einmal nach vorne Und nach vorne Vorne Und nach vorne Und da sind wir dann haben ein bisschen Zeit auf die Position Und dann verändern Also mal die Knie in den Spitzen Das Mund unterzeigen lassen Und das Ski würde seinen Lauf wieder zeigen Die Ellenbogen vielleicht einen Tick weiter strecken zu können Und nun dabei den Druck mit den Fingern und dem Die Handlinke ohne auch rechts zu halten Gut, immer locker Dann stelle wieder die Handflächen auf die Finger zu Und das können wir uns zeigen Und jetzt lösen wir den Handbein und sind nur noch auf unseren Fingern Das heißt jetzt haben wir mehr eine Dehnung für die Finger Dann schieben wir die Ellenbogen nach hinten zu unseren Oberschenkeln Und ein Handbein darf sich lösen, aber die Finger und alle Grundgelenke von den Fingern bleiben am Boden Und dann sind wir die Finger dabei Jetzt ist das meistens interessant Das ist die Handbeinungsgerichte Das ist die andere Handbeinungsgerichte Die andere Handbeinungsgerichte Das ist anders, was passiert Mit der Dominante Hand Die Dominante Hand Die Läckskanäle Und das Spür ist intensiv auf die Was für sie am Heimfall Jetzt machen wir jetzt mal ein bisschen etwas Aktives Wir können dann auch in den Fersen nicht bleiben Wir nehmen jetzt die Arme und strecken nach vorne Wenn du dir das Handlenk so weit ist geht Die Finger ganz ruhig strecken, jetzt alle Finger zusammenkriegen und dann wieder ganz ausstrecken. Zusammenkriegen, ganz ausstrecken. Das sind so Bewegungen, die man sonst ganz selten im Alltag macht. Die Finger und das Handgelenk strecken. Schauen wir mal, ob es die Elbe gesteckt ist. Jetzt das ganze. Halt es Haken und wieder weiter. Waren auch frisch. Den Arm schon direkt an den Daumen mitzunehmen. Jetzt noch die Daumen. Und jetzt locker. Letzte Sache. Jetzt gehen wir wieder mit den Händen in die Stützposition. Könnt ihr direkt mitmachen. Und jetzt bauen wir mit den Fingern und den ganzen Handbeinen Druck auf, als würden wir uns nach oben drücken wollen. Also dass wir aktiv jetzt die Unterarmmuskeln anspannen. Also wir drücken richtig fest mit jedem einzelnen Finger rein. Und ihr könnt auch die Schultern ein bisschen nach vorne schieben, über die Finger spitzen. Und wir halten diesen Druck ein. Und jetzt die Finger zu euch zeigen lassen. Und das gleiche der Prozession. Und dann aktiv die Nebenfänger rein drücken. 7 Sekunden lang. Das war's jetzt vom Mobility von Oberkörper und Schultern und Ufer an. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.